was was glaubst du was ich machen will aber dazu muss ich erst mal presstisch kriegen mir ist die kd am ende scheiß das ziel beschreibt auch mit der waffe die da so rumwackelt wenn man rennt das finde ich sieht bei battlefield logischer aus hier sieht so ebenso sinnlustig aus mädchen ist wie alt geht ihr nix an schreibt 96 hey weißt du was philipp das war unlustig und zwar fahrt mich so treff ich nix ja nee ist klar die hunde haben wir verloren aber es ist noch nicht vorbei haltet sie auf 11 recht unnötig echt unnötig wie einfach dich gekillt hat suchen und zerstören das ziel verteidigen was die leute sich immer ein bin ein bilder das war nice es war der erste geile kill den ich heute gemacht habe dann kommt das video ungefähr noch vor silvester wobei das ja auch unlogisch ist das jetzt zu sagen ich bin wieder gestorben ich habe 0 zu 2 die runde haben wir verloren aber es ist voll die afkler die da rumsteht weißt du es noch philipp was nein mit der alter warst du da nicht dabei die sache mit der afkler ja doch natürlich ja also suchen und zerstören ja ich mache es ernst jetzt ist der spaß auch vorbei so dann schauen wir doch mal wetten da kommt gleich einer angeschissen von irgendwoher alter so ein hurensohn alter ohne witz schmeißt er dir die granate addet der dich einfach alter was ist das für ein wichser kommt der hier messert mich trifft auch noch das erste mal gar nicht so wieso bist du schon tot wieso philipp du hast ja nicht mal einen kill du lappen ich bin der einzige der in unserem team einen kill hat ist das klar was macht der für einen scheiß was war das für ein beschissener last kill ich bin echt der einzige der einen kill hat in unserem team ich fasse es nicht du bist doch sonst nicht so schlecht philipp ja ich habe meine tage ja ok verstehe ich ja das kann man so ich mache hier einfach zwei auf den gleichen gedanken kommen hier außen um zu laufen und da frage ich ernsthaft ob ich ein headset habe natürlich nicht wie soll ich dann sonst meine videos machen ja mit dem laptop mit dem integrierten mikrofon was bei der webcam noch dabei ist meistens den hättest den hättest du kriegen müssen philipp den hättest du kriegen müssen eeeey feuer ist nass ich hab ja kein einziges mal getroffen Ihr habt euch endlich... Oh, Punkte-Limit erreicht. Scheiß aber auch. Weißt du was? Es bockt mich nicht. Oh, Leute, Leute, ey. Raus aus der Lobby. Ich lade dich jetzt mal ein. Ich suche jetzt mal ein Match, ja? Ja, das war ja wieder logisch. Ich drücke auf F9, was passiert? Das nimmt an, aber die Aufnahme unterbricht. Wie blöd bin ich eigentlich? Hast du jetzt wieder gemacht? Ja, ich habe die Aufnahme wieder angeschaltet, natürlich. Sonst hätte ich das ja jetzt gerade eben nicht gesagt, ey. Ich habe es mir halt schon angewöhnt, wenn ich eine Einladung kriege, auf F9 zu drücken. Und ja, ansonsten... So, willst du nicht mal Prestige machen? Nein. Oder bist du noch nicht so weit? Nö, ich mache kein Prestige. Hä, wieso nicht? Weil das sinnlos ist. Was bringt es dir denn nicht auf Prestige zu machen? Ja, was bringt es mir auf Prestige? Da habe ich keine Waffen mehr, gar nichts. Außerdem spiele ich das Spiel gar nicht mehr. Wenn ich das spiele, dann habe ich alle Waffen und kann machen, was ich will. Irgendwann bist du Prestigemeister, würde ich sagen. Ja, was bringt mir das? Darauf scheißt jeder, das bockt niemanden. Ob ich Prestigemeister bin oder nicht, das interessiert einfach niemanden. Das ist, äh, Quatsch. Du kannst aber sagen, dass du Prestigemeister bist. Ja, schön, für was? Wieso nehmt ihr A ein? Das ist sinnlos. Geht doch zu B direkt. Das gibt 50 Punkte, kennst du? Junge, bist behindert. Wird sein, ja, aufs Mal jetzt. Blendet er mich, ey, ernsthaft? Leute, das kann nicht sein. Ist aber leider so. Boah, ich hab so'n scheiß trockenen Hals, ey. Ich muss die ganze Zeit husten, echt. Moment mal kurz. So, jetzt müsste's besser sein. Wie die einfach alle da campen. Ich nehm jetzt mal hier die SMAW. Ach, das war einer von uns. Egal, YOLO. Alter. Hm, was soll ich nehmen? Oh, ich hab ne gute Idee. Weißt du, was ich jetzt mach? Ach, ich geh jetzt mal Leute trollen. Willst du mich jetzt lachen? Ja. Aber so ne Hardcore-Lache, bitte. Achtung, feindlicher Blitzschlag steht bevor. Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. C wird gesichert. Scheiße auf C, wenn man Leute trollen kann. Abgeschossen. Und das Beste zum Leute trollen ist, zumindest mit der Klasse, da muss ich jetzt mal ganz kurz den Lead anschalten. Orbit! So, pass auf. Und das darf auch nicht so leise sein. Oh mein Gott. So, los geht's. B gesichert. Wart, bisschen lauter muss es sein. Nein, ich bin aufgelaufen. So, gut. Machst du in Neuland doch? Wat? Machst du in Neuland doch? Nee, nee, nicht Neuland. Neuland bringt's nicht. Einfach mal rumlaufen, bisschen Leute trollen. Wart, ahurin so. Ich denk, wir danach noch mal wieder aufrufen. Die Luft an T.O.V. vergeht mir langsam. Ja, das stimmt. Hätten wir beide Dings und Battlefield und du auch. Na ja, sag ich ja, kauf dir mal Battlefield 4. Aber pronto jetzt, ey. Ja, aber ich hab schon Geld. Oh. Ist auch viel geiler, wenn man dann selber gekillt wird mit der Musik. Einer fragt uns, ob wir, ähm, also sehen wir von Geburtnappen, äh, haben. Was fragt der? Ob er mal mit in einem...